Jetzt! Jetzt! Ja! Ja! Du hast doch nachher noch die ganze Stadt mit Fressalien vor dir. Ja! 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 Scheiße! Ja! 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 Aufpassen, Alter, Lachs! Hoher! Klapp! 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 Oh! 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 Boah! Ander! Oh, das ist schon mal! Oh, das ist schon mal! Auf geht's! Komm, 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 komm! Ja! 1, 2, 3, 9, 3! Oh! Oh! Hinten! Oh! 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 Leute, ihr habt ja noch einen Mannschaft. Nur noch Mariel, kein Mannschaft! Wir werden zweifelten am Mannschaft! Ja, stimmt. Ich kann auch nicht mehr nehmen. Wir sind unabhängig. Wir sind ein ganzes Ölgerät. Ja, der Mannschaft! Die müssen einfach von der Anfurt aufsteigen. Ja, ja, ja! Ja, ja! Starrkasten volles Blut! Ah, so! Jawoll! Ja, ja, ja! Und jetzt ein wenig! Eeeeeeeeeaaa! Oh, oh, oh! Eeeell! 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 Das geht ja schon wieder gut los hier. Mann, Mann, Mann! Jannik! Jupp! Nein! Auf geht's! Mann! 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 F-C-en! F-C-en! F-F-C-en! Das muss man ja jetzt! Der Ball war doch nicht zur Ruhe! Hör doch auf, Junge! Der wird besser gelaufen, mehr als 20! Komm, komm, komm! Jawoll! Ja! 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 Rechtsmarken! Weiter jetzt! Ja! 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 Wuhu! Hoi! Hoi! Woi! Hoi! Hoi! Loomukal! Hoi! Hoi! Die schwimmen noch! Druck jetzt! Anno, Anno, Anno! Ab geht's! Warte weiter! Jawoll! Strafung! Ja! 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 Abpfeifen! Ja! 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 Juhu! 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 Junge, Junge! Was ist denn da? Vor allem der Wodka selber wollte er gar nichts haben. Ja, jetzt! Ja, ja, ja! Ihr seid nicht gut hier, Entschuldigung. Juhu! Das war der Schlusswürf-Endstand. Eben im Spiel unseres FC-Angels. Mal gegen den ersten FC 0-13. 1 zu 4. Ich danke für Ihr Kommen. Wünsche unseren Gästen eine gute Heimfahrt. Ihnen allen ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Dann auch um 14 Uhr. Juhu! 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 Vielen Dank.